Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen, gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, mir ist übrigens aufgefallen, dass die neueren Folgen, kurz nachdem sie rauskommen, weniger geschaut werden. Obwohl ich jeden Tag mehrere Stunden Watchtime habe. Und da ist mir dann ein Licht aufgegangen, denn natürlich liest man ein Buch von Anfang an, was in dem Fall bedeutet, dass wenn ich neue Zuschauer auf meinen Kanal bekomme, dann gehen die erst zu den älteren Folgen und arbeiten sich dann bis zu den neuen Folgen bis dahin. Das musste mir auch erstmal klar werden und ich habe mich immer gewundert, hä, was wird denn hier angeschaut? Naja, ich bin auch relativ neu bei YouTube, also wobei ein halbes Jahr ist es inzwischen, glaube ich schon, aber das ist ja eigentlich gar nichts, wenn man zu anderen mal den Vergleich zieht. Und die erste Sage heute heißt Otto, Graf zu Ollermünde, starb im Jahre 1340 und hinterließ eine junge Witwe, Agnes, eine geborene Herzogin von Miran und zwei Kinder, ein Söhnein von drei und ein Mädchen von zwei Jahren. Die Witwe saß auf der Plassenburg und dachte daran, sich wieder zu vermählen. Sie hatte aber ein Auge auf Albrecht den Schönen, Burggrafen zu Nürnberg geworfen und das war für sie ein Unglück, dass dieser Herr sie auch liebenswert fand und gesagt haben soll, er würde sie gern heiraten, wenn nicht vier Augen zu viel wären. Er meinte damit seine Eltern, die ihrem Sohne eine hessische Prinz in Sessen zugedacht hatten, die auch später wirklich seine Gemahlin wurde. Die Gräfin Agnes glaubte aber, er meine damit ihre Kinder und blind von Leidenschaft gefasst, fasste sie den entsetzlichen Plan, die Kinder zu töten. Die unnatürliche Mutter beauftragte damit einen Dienstmann namens Hader, dem sie dafür viel Geld bot. Die unschuldigen Kinder flehten den Meuchelmörder an, sie zu verschonen. Das Kneblein sagte, lieber Hader, lass mich leben, ich will dir Ola Münde geben. Auch Plassenburg des Neuen, es soll dir nicht geräuen. Das Töchterlin bat, lieber Hader, lass mich leben, ich will dir alle meine Tocken geben. Puppen. Der Mörder wurde hierdurch nicht gerührt und vollbrachte die Untat. Als er später noch andere Bubenstücke verrichtete, wurde er gefänglich eingezogen und auf der Folter gelegt. Da bekannte er, so sehr ihn der Mord des jungen Herrn Geräue, der in seinem Anerbieten doch schon gewusst habe, dass er Herrschaften auszuteilen gehabt, so geräue es ihn noch hundertmal mehr, wenn er der unschuldigen Kinderworte des Mäkleins gedenke. Die Leichnamen der beiden Kinder wurden im Kloster Himmelskron beigesetzt und ihre Gräber jahrhundertelang den Pilgern gezeigt. Als die Gräfin Agnes erfuhr, dass sie die Kinder vergeblich getötet hatte, befasste sie Verdruss und Grausam, äh, Verzweiflung und Grausen. Sie nahm sich sogleich vor, den Frevel zu büßen, ging barfuß nach Rom und wieder zurück und starb bei ihrer Rückkehr vor dem Himmelskroner Kirchtür. Ihr Geist fand im Grabe keine Ruhe, sie geht auf der Plassenburg um und beklagt ihre Kinder. So, nun, obwohl hier im Buch Agnes genannt wird, heißt die Gräfin in Wirklichkeit Kunigunde von Orlemünde oder auch die Weiße Frau der Hohenzollern. Es gibt zwei, oder zwei Varianten von der Sage. In dieser bestand das Kloster Himmelskron während des Mordes der beiden Kinder bereits. In der anderen, und meiner Meinung nach die Bitterere von den beiden, gründete sie das Kloster, nachdem sie ihre beiden Kinder selbst mit einer Nadel in den Kopf tötete. Allerdings scheint es so, dass Kunigunde nachweislich kinderlos starb. Darum wurde schon im 17. Jahrhundert versucht, die reale Person ausfindig zu machen, die als Vorbild für diese Sagenerscheinung herhielt. Bertha von Rosenberg, eine Adelsfrau aus Böhm, die gegen ihren Willen verheiratet und sehr unter ihrem Ehemann Johann von Lichtenstein litt, und die ungarische Prinzessin Kunigunde von Halitsch, die zu der Zeit erst mit dem böhmischen König, danach mit einem Herren von Rosenberg verheiratet war, kamen in Frage. Wer sie auch war, die Weiße Frau der Hohenzollern spukte in der Plassenburg herum und warte die Bewohner fortan vor kommenden Todesfällen und bevorstehendes Unglück. Was sie im Grunde irgendwie nett ist. Naja, irgendwann war sie wohl nicht mehr so nett, denn in einer anderen Sage soll sie neben dem typischen Kettenrasseln, herumtoben und die Hochfräuleins erschrecken, auch einen Koch und einen Foyer wirkt haben. Naja, die Weiße Frau ist ein breites Phänomen und taucht in vielen Ecken Deutschlands auf, vor allem im 17. Jahrhundert und ich schätze, ihr erkennt bereits den praktischen Nutzen der Weißen Frau. Alles, was unerklärlich ist, wird erst einmal auf die Weiße Frau geschoben und noch schlimmer, sie wird missbraucht, Anschläge und Morde zu vertuschen. Kennt man ja aus Film und Fernsehen. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Serie. Und die heißt Die Eselwiese. An einem grünen Donnerstag nach gesprochenem Segen ritt der Bischof Bruno weg, nachdem er sich von seinem Bruder Gebhardt verabschiedet hatte. Er war willens nach Preußen zur Bekehrung der dortigen Heiden zu ziehen. Als er nun auf den grünen Anger nahe bei Querfurt kam, wurde sein Maultier stürig. Alles Schlagen, Peitschen und Spornen half nichts, das Tierwahn nicht von der Stelle zu bringen. Daraus schlossen die Begleiter des Bischofs, dass dessen Reise in das Heidenland nicht Gotteswille sei und rieten ihm dringend, zurückzukehren. Er folgte ihrem Rate und kehrte nach Querfurt zurück. Die Nacht aber überschlug er die Sache von Neuem, geriet in große Traurigkeit, weil er eines Tieres wegens eine so heilige Pflicht versäumt habe und entschloss sich, die Reise doch zu unternehmen, ohne das böse Vorzeichen zu beachten. Er tat das wirklich, kam nach Preußen und wurde von den Heiden im Jahr 1008 oder 1009 gefangen, gepeinigt und getötet. Als die Kunde hiervon nach Querfurt kam, baute man auf der Stätte, wo der Esel störig geworden war, ein Heiligtum, genannt die Kapelle zu Eselstedt. So heißt sie bis auf den heutigen Tag. Am Gründonnerstag wurde da selbst ein besonderer Gottesdienst abgehalten. Darum geschahen große Wallfahrten nach der Eselwiese und in späteren Zeiten wurde ein Jahrmarkt daraus, an dem von Sonnenaufgang bis Sonnenniedergang eine große Menge Leute zusammenzuströmen pflegt. Hier einmal ein Bild von Bruno oder auch Brun von Querfurt. In der Sage geht es übrigens nicht um das Preußen von 1866 bis 1918, sondern um das frühere Prusen oder das Urpreußen, wenn man so will. Bruno und seine 18 Gefährten blieben zwar erfolglos, aber woran sie scheiterten, siegte der deutsche Orden etwa 300 Jahre später, allerdings nicht durch das Verkünden von Gottes Wort, sondern durch das spitze Ende einer Lanze oder die scharfe Seite eines Schwertes. Gut, jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu recht kurzen Sagen. Und einer dieser Sagen heißt Kaiser Friedrich zu Kaiserslautern. Als Kaiser Friedrich aus der Gefangenschaft bei den Türken befreit worden war, wohnte er lange Zeit zu Kaiserslautern. Er baute dort das Schloss und legte einen großen Teich an, der noch jetzt der Kaisersee genannt wird. Darin soll er einst einen großen Karpfen gefangen und mit einem Ringe versehen wieder zurückgeschickt haben. Dieser Fisch soll im Wasser bleiben bis zu Kaiser Friedrichs Wiederkehr. Einmal fing man in denselben See zwei Karpfen, die durch eine goldene Kette verbunden waren. Ihr Bild ist an der Metzler Pforte in Stein ausgehauen. Nicht weit vom Schloss war ein schöner Tiergarten gebaut, damit der Kaiser all die seltsamen Tiere vom Schloss aus sehen konnte. Daraus ist später ein Weiher und Schießgraben gemacht worden. Im Schloss hängt es Kaisersbett an vier eisernen Ketten, war es abends wohl gemacht, so fand man es dennoch am Morgen so, als ob jemand darin gelegen habe. Ferner findet sich zu Kaiserslautern ein Felsen und darin eine tiefe Höhlung, von der die Rede geht, dass der Kaiser darin gewohnt haben solle. Ein kühner Kletterer hat sich einmal hinabgelassen und eine Schelle mitgenommen, damit man ihn heraufziehe, wenn er damit läuten sollte. Wenn man ihm glauben soll, so hat er in der Tiefe der Kaiser selbst gesehen und mit ihm gesprochen. Ja, Mensch. Papier. Ja, um wen geht es da wieder? Kaiser Friedrich Rotbart, der gute Barbarossa. Dieser Mann hat sich förmlich in das deutsche Sagenwelt hineingebrannt. In diesem Buch wurde er mindestens schon ein Dutzend Mal erwähnt. Ich verweise hier auf meine Lieblingssage in dem Buch, nämlich Frühlingshoffnung, in der zweiten Lullfolge der deutschen Sagen. Es ist verrückt. Und auch die eine Sache, in wie vielen Dingen er mal gelebt haben soll. Hier geht es ja darum, dass in Felsen und darin eine tiefe Höhlung, da soll der Kaiser mal gelebt haben, dann in irgendwelchen Bergen dringe. Also, dieser Mann muss unfassbaren Eindruck hinterlassen haben bei den Menschen. Unfassbar. Und es gibt ja auch Videospiele, Civilization, glaube ich, Sid Meier's Civilization. Da ist der gute Barbarossa ja auch als Herrscher mit drin. Kann ich ja hier mal kurz zeigen. Das ist eine witzige Sache. Gut, machen wir weiter mit der nächsten kurzen Sage. Und die heißt Gottes Speise. Nicht weit von Zwickau im Vogtlande hat es sich zu einem Dorfe zugetragen, dass die Eltern ihren Sohn, einen jungen Knaben, in den Wald geschickt, die Ochsen, die auf der Weide waren, heimzutreiben. Als aber der Knabe sich etwas gesäumt, hat ihn die Nacht überfallen. In dieser Nacht war ungewöhnlich viel Schnee gefallen, der überall die Berge bedeckt hat, sodass deswegen der Knabe nicht aus dem Walde gelangen konnte. Und als er auch des folgenden Tages nicht heimkam, sind die Eltern, nicht so sehr der Ochsen als des Knaben wegen, nicht weniger bekümmert gewesen und haben doch vor der großen Schnee nicht in den Wald dringen können. Am dritten Tage, nachdem der Schnee zum Teil abgeflossen, sind sie hinausgegangen, der Knabe, den Knaben zu suchen, welchen sie endlich an einem sonnigen Hügel sitzen gefunden, an dem gar kein Schnee gelegen. Der Knabe, nachdem er die Eltern gesehen, hat sie angelacht und als sie ihn gefragt, warum er nicht heimgekommen, hat er geantwortet, er hätte warten wollen, bis es abend würde. Er hat nicht gewusst, welche Zeit schon vergangen war, ist ihm auch kein Leid widerfahren. Dann, da man ihn gefragt, ob er etwas gegessen hätte, hat er berichtet, es sei ein Mann zu ihm gekommen, der ihm Käse und Brot gegeben habe. Ist also dieser Knabe ohne Zweifel durch ein Engel Gottes gespeist und erhalten worden. Ja, eine schöne harmlose Sage, in der niemand stirbt, finde ich gut. Ich finde es auch interessant, dass ein Engel so eine völlig einfache Speise wie Käse und Brot den Jungen gibt. Da könnte er noch so viele andere Dinge den Jungen geben, was er mag. Und da kann ich euch schon mal ein wenig was von mir erzählen. Käse und Brot und dazu noch ein Glas Kakao gehört zu meinen täglichen Speisen. Tatsächlich. Esse ich halt Kind an, ich weiß nicht wieso. Es mundet mir einfach. Also vegetarisch letztlich. Gut. Machen wir weiter bis zur nächsten Sage. Und die Sage heißt Die Drei Alten. Im Herzogtum Schleswig, in der Landschaft angeln, geschah es im 18. Jahrhundert, dass der neue Prediger die Gemarkung seines Kirchsprengels umritt, um sich mit seiner Verhältnissen genau bekannt zu machen. In einer entlegenen Gegend fand er ein einsames Bauernhaus und sein Weg führte ihn hart am Vorhofe des Wohnhauses vorbei. Auf einer Bank saß ein Greis mit schneeweißen Haar und weinte bitterlich. Der Pfarrer wünschte ihm guten Abend und fragte ihn, was ihm fehle. Ach, gab der Alte zur Antwort. Mein Vater hat mich so geschlagen. Befremdet band der Pfarrer sein Pferd an und trat in das Haus. Da begegnete ihm im Flur ein Alter, noch viel greiser als der Erste, mit erzürnter Gebärde und heftiger Bewegung. Der Prediger sprach ihn freundlich an und fragte nach der Ursache seines Zürnens. Der Greis antwortete, Ui, der Junge hat meinen Vater fallen lassen. Damit öffnete er die Sturmtür. Der Pfarrer verstummt vor Erstaunen und sieht einen vor Alter ganz zusammengedrückten, aber noch rührigen Greis im Lehnstuhl sitzen. Die Sage erinnert mich an die eine Spongebob-Folge, in der Spongebob und Patrick Schokolade verkaufen gehen. Genau gesagt, die Stelle, an dem sie versuchen, einer alten Dame mit Schmeicheleien eine Tafel Schokolade anzudrehen. Ja, Mensch, es waren noch Zeiten, als Spongebob den Kindern noch mit richtigen Witzen präsentierte. Die aktuellen Folgen sind dagegen einfach nur albern, auf eine sehr primitive Art. Entweder können sie es nicht besser oder sie unterschätzen die heutige Jugend und die heutige Generation. Wer weiß. Habt ihr vielleicht schon mal, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie schaut, aber die ersten zwei Staffeln, die vom Zeichenstil her noch eher einfach waren, die waren irgendwie mit die Besten, sagt man auch so allgemein. Und jetzt die Folgen, die sind vom Aussehen her deutlich besser. Also sie sind wirklich, wie sagt man, auf dem neuesten Stand, wenn man so will. Aber der Inhalt ist, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons. Die alten Folgen sind super, da war das noch alles neu und frisch und das war ja so eine Gegenbewegung zu dieser Sitcom mit Familie und sowas, immer so eine Heide-Welt zu präsentieren den Zuschauern. Und da hat das ja so eine Bresche geschlagen, die Simpsons. Aber jetzt irgendwie, die Folgen sind alle total scheiße, sind alle gar nicht mal so gut. Ja? Und trotzdem verkauft sich die Marke immer noch wie geschnitten Brot. Aber keiner schaut die neuen Folgen. Ist schon sehr witzig. Da kann man mal sehen, was so Leute, Fans, wie geblendet die teilweise sind. Ja? Dass die das gar nicht mehr so wahrnehmen halt. Und trotzdem noch diese ganzen DVDs kaufen und diese, dass die, dass Serien, es hat so ein bisschen das Gefühl, dass gewisse Serien, wenn die sich etabliert haben, nicht mehr an Qualität messen, sondern an Gewohnheit. Und dann kommen wir halt zu der letzten Sage. Und die heißt Die zwei gleichen Söhne. König Pippin von Franken vermählte sich mit einer schönen Jungfrau, die aber bald nach Geburt eines Sohnes starb. Bald darauf heiratete er wieder und seine zweite Gemahlin schenkte ihm auch einen Sohn. Diese beiden Söhne sandte er in weite Länder und ließ sie auswärts erziehen. Sie wurden sich aber in allen Stücken so ähnlich, dass man sie kaum unterscheiden konnte. Nach einiger Zeit lag die Königin ihren Gemahl an, dass er sie doch ihr Kind sehen lasse. Er befahl nun, dass die beiden Söhne zu Hofe gebracht werden sollten. Da war die Jüngste dem Ältesten ungeachtet des einen Jahres Unterschied in Gestalt und Größe vollkommen gleich und einer wie der andere glich dem Vater. Die Mutter fand ihr Kind nicht heraus, trotz aller Mühe, weinte darüber und bat ihren Gemahl, dass er ihr das offenbaren solle. Pippin kannte seine Frau nun gut genug, um vorher zu wissen, dass diese ihr Kind, dem doch die Erd-Thronfolge nicht zustand, dem rechtmäßigen Erben vorziehen, diesen vielleicht ganz verdrängen würde. Endlich sagt er, lass abzuweinen, dieser ist dein Sohn. Damit wies er auf den Erb-Erstgeborenen. Die Königin freute sich über diese Entdeckung, glaubte den Gatten und pflegte ihr Stiefkind von der Zeit an, als ob es ihr eigener wäre. Sie ebnete ihm auch die Wege zur Thronfolge, während sie sich um ihr eigenes Kind nicht im Geringsten bekümmerte. Keine Ahnung, von welchem König Pippin hier die Rede ist. Pippin der Jüngere, auch Pippin der Kurze genannt, hatte nur eine Ehefrau und mit der sechs Kinder, darunter Karl der Große. Pippin der Mittlere, auch Pippin von Hersthal genannt, hatte drei Ehefrauen und mit der ersten bereits zwei Kinder. Pippin der Ältere, auch Pippin von Landen, hatte ebenfalls nur eine Frau und mit der vier Kinder. Und der Pippin hier, naja, der blieb scheinbar bis ins hohe Alter unverheiratet und kinderlos. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Als die Gräfin Agnes erfuhr, dass sie die Kinder vergeblich getötet hatte, erfasste sie Verzweiflung und Grausen. Sie nahm sich sogleich vor, den Frevel zu büßen, ging barfuß nach Rom und wieder zurück und starb bei ihrer Rückkehr vor der Himmelskroner Kirchtür. Ihr Geist fand im Grabe keine Ruhe. Sie geht auf der Plassenburg um und beklagt ihre Kinder. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz.